Hallo, mein Name ist Victor Bauer. Ich bin 15 Jahre alt. Ich spiele auf der 6 und auf der 8. Meine bisherigen Vereine waren der FC Rot-West-Salem, Radolf Zell und VfB Stuttgart. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich mich von Tag zu Tag weiterentwickele. Unsere Ziele mit der Mannschaft sind, dass wir eine hervorragende Saison spielen und auch als Team auftreten.